Viel zu bauen, aber also auch noch viele Baustellen und dazu begrüße ich jetzt den Bildungsminister Martin Polaschek. Einen schönen guten Abend. Herr Minister, der Tenor heute lautet gut, dass es zwar mehr Geld gibt, aber wieso war da nicht mehr drin als knapp 60 Millionen Euro pro Jahr plus? Also ich denke, eine Milliarde Euro, die die Republik, also der Bund jetzt in den nächsten fünf Jahren in die Hand nimmt, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Summe. Damit kann man sehr viel machen und man wird sehr viel an Angebot anbieten können. Das Angebot wird viel flexibler, es wird noch flächendeckender, es wird dem Bedarf entsprechen und wir haben einige Bereiche, wie etwa die Gruppe der unter Dreijährigen, wo wir deutlich stärkere Maßnahmen uns setzen können. Also das ist schon ein sehr, sehr schönes Paket und es wurde auch von den Landeshauptleuten entsprechend kommentiert und ich denke, wir haben hier ein sehr schönes Paket geschnürt. Es sind 200 Euro Millionen pro Jahr und eben ein Plus von knapp 60 Millionen Euro pro Jahr. Das Angebot ist das eine, das Angebot kann der Bund den Ländern machen, den Gemeinden machen, aber die andere Frage ist ja auch, ob die Gemeinden dieses Angebot dann abrufen. Weil etwa das Personal dann fehlt, könnten viele Gemeinden darauf verzichten. Warum haben Sie sich als Bund nicht mehr Kompetenzen herausbedungen, herausverhandelt, damit Sie auch wirklich sicherstellen können, dass dieses Geld, das Sie jetzt anbieten, auch wirklich bei den Kindern ankommt? Also es gibt eine Kompetenzverteilung, um diese zu ändern, braucht man eine Zweidrittelmehrheit und ich denke, dass eine Änderung der Kompetenzverteilung an den Tatsachen nichts geändert hätte. Sie haben ja selber gerade auch gesagt, dass die Gemeinden vielleicht möglicherweise gar nicht das Personal dazu bekommen, auch wenn die Kompetenzen beim Bund sind, deshalb wird es nicht mehr Personal. Also es geht darum, möglichst zu schauen, dass wir dort, wo es den Bedarf gibt, entsprechend investieren und dass wir ein entsprechendes Angebot für die Familien machen. Dazu haben sich Bund und Länder auf eine sehr schöne Summe und auf ein gutes Paket geeinigt und ich denke, wir können die Gemeinden und die Länder damit bestmöglich unterstützen, um ein besseres, ein breiteres Angebot für die Familien zu schaffen. Das ist wirklich ein ganz deutliches Bekenntnis von Bund, Ländern und Gemeinden zur Elementarpädagogik. Machen wir es da ganz konkret. Der Bund knüpft unter anderem das Geld an Kriterien bei den unter Dreijährigen, wie zum Beispiel in der Kinderbetreuung, in den Kindergärten längere Öffnungszeiten, also mindestens 45 Stunden pro Woche, 47 Wochen im Jahr. An diesen Kriterien, diese Kriterien hätte der Bund ja auch ganz anders festlegen können, nämlich so, dass die Gemeinden wirklich auch dazu mehr verpflichtet werden, dieses Geld auch abzurufen und sich dann nicht darauf zurückzuziehen und zu sagen, das ist zwar ein sehr nettes Angebot, aber wir finden leider kein Personal dafür und bieten es deswegen erst wieder nicht an. Es gibt das klare Bekenntnis von allen Seiten etwas zu tun und die Gemeinden haben natürlich auch ein größtes Interesse, ein gutes Angebot für die Familien vor Ort zu leisten. Und wenn es aus welchen Gründen immer nicht machbar ist, weil das Personal nicht vorhanden ist, dann macht auch ein rechtlicher Rahmen, der sich ändert, das nicht anders. Ich glaube, das, was man einfach mitnehmen muss, ist, dass wir ein sehr klares Bekenntnis haben. Wir haben jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen, Bund und Länder gemeinsam, um viel zu tun, um die Situation im Kindergartenangebot zu verbessern, damit die Familien noch flexibler das hier nützen können. Und ich denke, man sollte es an den Taten messen. Es ist ja auch vereinbart, dass regelmäßig ein entsprechender Bericht gemacht wird, damit man auch den Umsetzungsfortschritt erkennen kann. Und anhand dieses Umsetzungsfortschrittes wird man auch sehen, wie sehr sich die Gemeinden, die Länder und auch der Bund engagieren. Und ich bin mir sicher, dass sich die Öffentlichkeit auch davon überzeugen kann, dass ja alle gemeinsam an einem Strang ziehen und viel für die Kinder und für die Eltern tun werden. Wenn Sie offenbar wissen, dass es beim Personal ein Problem gibt, warum wird denn dann nicht mehr getan, um den Job auf der einen Seite attraktiver zu machen, um mehr in die Ausbildung hineinzugehen, um bei der Entlohnung etwas zu tun? Da liegen so viele Forderungen von der Arbeiterkammer, von der Gewerkschaft, von den Oppositionsparteien auf dem Tisch, um diesen Beruf auch attraktiver zu machen. Warum wird dann an diesen Schrauben nicht gedreht? An diesen Schrauben wird sehr wohl gedreht. Es wird von Seiten des Bundes ja auch einiges getan. Wir haben etwa in den letzten Jahren die Kolleg-Plätze um über 200 erhöht. Es ist derzeit so, dass in den BAFAPs, dass in den Kollegs und so weiter über 2500 Personen jährlich mit der Ausbildung beginnen. Wir denken auch darüber nach und planen gerade auch verschiedene Studienangebote. Und wir planen auch gerade ganz konkret, wie es uns besser gelingt, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in die Kindergärten zu bekommen. Also wir setzen hier verschiedene Maßnahmen, um zu schauen, dass wir auch hier etwas tun können. Aber wir haben generell... Aber was bringt es, wenn die Personen, die ausgebildet werden, dann nicht in dem Beruf arbeiten wollen, so wie es derzeit auch oft der Fall ist? Aber das ist ein generelles Thema, das wir haben. Wir haben das in der Medizin, wir haben das bei den Lehrerinnen und Lehrern. Das macht den Bildungsbereich nicht besser oder schlechter. Aber wir können niemanden zwingen, etwas zu tun. Wir versuchen, an den Rahmenbedingungen zu feilen. Die Länder bemühen sich ja auch sehr, auch die Gemeinden. Ich denke, es sind alle daran interessiert, hier entsprechend tätig zu werden. Und ich würde einfach vorschlagen, schauen wir uns an, was dabei herauskommt. Das ist unterm Strich eine volle Milliarde Euro. Eine Milliarde Euro, die in den nächsten Jahren in die Elementarpädagogik fließt von Seiten des Bundes. Das ist keine kleine Summe. Sie sagen, es gibt ein breites Bekenntnis. Dieses breite Bekenntnis gab es auch schon bei der ganztägigen Kinderbetreuung. Da waren 230.000 Plätze für die ganztägige Kinderbetreuung bis 2022. Das wäre heuer gewesen, geplant. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden. Das haben Sie heute auch selber bekannt gegeben. Jetzt hat man sich die Latte auf 2025 gelegt. Wenn es doch so ein breites Bekenntnis gibt, woran scheitern dann diese Ziele? Also man darf nicht vergessen, dass wir eine Pandemie hatten. Es war nicht so leicht, hier auch das Platzangebot entsprechend zu erhöhen. Es hat verschiedene andere Themen gegeben. Aber ich denke, wir werden bis 2025 das jetzt entsprechend auch umsetzen können. Wir haben auch die Möglichkeit jetzt eingerichtet, dass man die Gelder, die nicht abgerufen werden konnten, mit hinein nimmt in diese nächsten Jahre. Und ich gehe davon aus, dass auch diese Plätze in den nächsten Jahren umgesetzt werden und dass auch in der Ganztagesbetreuung hier ein massiver Fortschritt erzielt werden wird. Aber werden Sie darüber hinaus, außer dass Sie den Gemeinden und den Ländern dieses Geld mehr oder weniger am Silbertablett servieren, wie können Sie garantieren, dass dieses Geld auch tatsächlich abgeholt wird? Also das Geld wird ja nicht am Silbertablett einfach serviert, sondern dieses Geld wird investiert. Das ist ein Angebot für die Länder und die Gemeinden, die dieses Angebot nehmen. Aber es haben ja offenbar viele nicht abgerufen. Ja, aber wie gesagt, wir hatten eine Pandemie. Es war nicht so einfach möglich, das in dieser Zeit zu tun. Aber der Wille ist da. Warum war es nicht einfach, Kinderbetreuungsplätze auszubauen? Das war in der Pandemie doch genauso möglich wie vorher. Wir hatten mehrere Lockdowns. Es war auch nicht möglich, die Kinder in Betreuungseinrichtungen zu geben. Es war nicht planbar, wann man etwas einrichtet. Ich denke, man muss es schon an den Rahmenbedingungen messen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das jetzt zu tun. Und es gibt das ganz klare Bekenntnis von allen Seiten, in diesen Bereichen jetzt aktiv zu werden. Ich möchte auch noch auf den Herbst in den Schulen schauen. Wir wissen, es wird wahrscheinlich im Herbst eine erneute Corona-Welle auf uns zukommen. Da laufen die Vorbereitungen. Auch da gibt es ein breites Bekenntnis auch vom Gesundheitsminister. Wie stellen Sie sich vor, wie wird es mit den Schulen im Herbst weitergehen? Wird es wieder ein Testmodell geben, wie wir jetzt aus diesem Schuljahr es gekannt haben? Wird es wieder Maskenpflicht als mögliche Option geben? Was stellen Sie sich vor? Also wir sind hier in sehr enger Abstimmung mit dem Gesundheitsminister. Und eines ist ganz klar, es wird eine bundesweite einheitliche Strategie geben. Und in diese Strategie werden die Schulen eingebettet sein. Und wir haben ja einen Maßnahmenkoffer verschiedenster Art, mit dem Testen, mit dem Masken tragen und so weiter. Und wir bereiten uns sehr sorgfältig darauf vor. Wir erarbeiten verschiedene Szenarien. Wir werden auch dafür sorgen, dass, wenn der Bedarf besteht, die entsprechenden Testkapazitäten vorhanden sind. Aber wie es genau aussehen wird, kann noch niemand sagen. Können Sie Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, allen, die im Bildungsbereich arbeiten, versprechen, dass im kommenden Schuljahr nicht wieder ad hoc Ankündigungen von Freitag bis Montag gesetzt werden? Unser Ziel wird sein, die Schulen bestmöglich offen zu halten. Unser Ziel wird sein, Planungssicherheit zu geben und auch mit entsprechenden Vorlaufzeiten tätig zu werden. Aber in einer Pandemie ist oft nicht vorhersehbar, wie schnell sich Dinge ändern. Das, was wir auf jeden Fall vorlegen werden, ist eine ganz klare Strategie, um möglichst gut auch zu informieren und um möglichst für Planungssicherheit zu sorgen, soweit es möglich ist. Wann kommt diese Strategie? Wir arbeiten daran. Die Strategie wird zeitgerecht vorgelegt. Wir sind in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsminister. Eine abschließende Frage noch. Derzeit werden im Bildungssystem auch sehr, sehr viele geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen, die in dieses Bildungssystem integriert werden. Laut Berechnungen der Arbeiterkammer kann von insgesamt bis zu 80.000 geflüchteten Kindern und Jugendlichen ausgegangen werden. Derzeit fehlt aber auch da, dieses Problem haben wir vorhin schon angesprochen, das Personal. Wie sollen diese Kinder also integriert werden? Also wir haben derzeit etwas über 9.000 ukrainische Kinder in den Schulen. Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Mitschülerinnen und Mitschüler sind hier sehr engagiert, kümmern sich sehr, sehr engagiert. Um diese jungen Menschen und wir setzen alles in Bewegung, um diese Kinder gut zu betreuen. Und wenn es mehr Kinder sein werden, werden wir schauen, diese bestmöglich in den Schulen unterzubringen. Wenn es Bedarf gibt für zusätzliche Werteinheiten, also Bedarf für zusätzliche Stunden, Unterrichtsstunden und so weiter, dann werden wir schauen, dass wir alles bestmöglich zur Verfügung stellen. Unbegrenzt, je nach Bedarf? Wir werden sehen, wie viele Lehrerinnen und Lehrer wir haben. Wir haben, wie gesagt, ein Thema, das wir mehr Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Wir bereiten gerade entsprechend Initiativen vor, um auch diesen Beruf noch attraktiver zu machen. Aber wir werden alles dafür tun, dass auch die ukrainischen Kinder, sowie die österreichischen Kinder bestmöglich in den Schulen betreut und unterrichtet werden. Herr Minister, wir sehen also, es gibt noch einiges zu tun. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Sehr gerne. Vielen Dank.